So, eine winterschölle guten Tag mein Lieber. Verkaufst du meinen neuen Vlog. Wir bringen jetzt Simon nach Hause. Überdreht bei der Schublade, Simon, wenn Eva sehen willst, Schulsetter. Und jetzt gehen wir nach Hause. Sprechen wir zum Arkan. Wir haben gar nicht was zu essen. Endlich. Mach mal kurz rein, bitte. Na jetzt. Sieh, Luca hat nicht wieder Video machen. Mama, komm mal raus. Was? Nein. Kann ich die Kamera ausmachen? Und, und, Lukas, ich lehre ich gar nicht, dass wir einfach hier alles filmen. Sogar selbst die Kennzeichen von anderen Leuten. Da könnte nicht so angezeigt werden. Ah. Ach. Are you afraid of the love? I'm not afraid of the love. I'm not afraid of the love. Wie fühlst du hin? Da war ich wieder ein bisschen. Luca hast du ziemlich alle die Kennzeichen, ja? Ach sei. Tja. Hey, das kenn ich. Ein Kennzeichen. Ein Kennzeichen. Mama. Ein Kennzeichen kostet doch 100 Euro. Kostet doch 10, 15 Euro. Boah, ist doch alles ganz schnell. 10, 15 Euro. Kann so ein Papa aufzählen. Kann so ein Kennzeichen müssen, oder was weiß ich auch. Also ein eigenes. So ein bisschen schwer. Oh. Und dann farmst du noch den Papa bei Antoine, Luca. Wenn ich das schon gekauft habe, dann ess ich doch was. das kann man ja auch so ja wir haben doch gar nicht was zu gessen nein Lass Essen bestellen. Essen bestellen geht auch nicht. Aber das ist voll cool. So hättest du Kaufmann gehen können. Bei McDonalds. Simon, ich bin nicht reich. Wenn sie weiter zu Petten gab, ist zu fange. Geh abholen. Aber kein Geld mehr. Guckert, was willst du denn erzählen? Weiß ich doch nicht. Ich wollte nicht so zu Arkad gehen, aber... Was machen wir nicht so Arkad? Wie hast du denn? Wir haben schon Schuhe gekauft. Da hast du noch was machen kann. Nein, das kannst du auch schauen. Nein. Doch. Kannst du heute meine Süßigkeiten von Nikolaus schmelzen? Oh, Simon. Willst du davon auch nichts machen? Nein. Meine Süßigkeiten nicht melzen. Ach. Was fühlst du denn jetzt mit Lukas? Weiß ich nicht. Wenn du McDonalds, dann können wir jetzt Straße fahren. Wolltest du mal fahren? Ja, der Papa ist ja McDonalds. Wolltest du McDonalds fahren? Ja, McDonalds. Jetzt, oder? Nee. Dann geht abholen. Wie wolltest du immer da rauszubringen? In Essen kann ja noch mitkommen. Nee. Ich weiß auch nicht mal was. Wir gehen jetzt zu Hause. Ich will kein McDonalds. Du auch nicht? Simon soll eigentlich immer zu KFC gehen. Ja, aber jetzt gibt es noch ein McDonalds. Oh, ich will nicht ein McDonalds. Jetzt mach mal die Kamera aus. Lukas, du kannst schreiben, aber nicht auf YouTube. Was machst du denn? Ich mach sowas nicht. Was machst du denn? Die Leute kennen auch gar nicht. Die Leute kennen auch gar nicht. Was? Nein. Die Leute kennen auch gar nicht. Das ist mir egal. Gut, dass du schreiben und dann auf YouTube reisen. Ja, da fuhren wir dein Handy weg. Ja, und da fuhren wir dein Ultilater. Kommst du bei Handy mehr, Lukas? Warte da. Da fuhren wir dein Ultilater einfach. Dann bleiben wir zu Hause. Nein. Ich kann auch über die Saison. Und meine Kamera hören. Wenn du nicht Mama hören, ich will dich auch nicht, Lukas. Das war's mit einem Video. Bis zum nächsten Video. Aber ich fahre, ich fahre. Bleib mir zu Hause. Ich muss zu Hause. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Wenn du nicht aufhörst und filmst, dann ist es vorbei. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Abend. Und das Wunsch... Mal, lass doch mal einfach. Also, schüße Liebe. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und schönen Abend. Schönen guten Nacht. Bis morgen. Bis morgen. Tschüssin. Vielen Dank.